In den USA ist Präsidentschaftswahlkampf und einer der Präsidentschaftskandidaten, der als unabhängiger auftritt, ist Robert F. Kennedy. Er wird ja vielen auch in Deutschland ein Begriff sein. Er ist ein Impfgegner, er hat auch alle möglichen anderen Verschwörungstheorien hier schon verbreitet und er hat vor kurzem behauptet, dass Hedgefunds 60% der amerikanischen Einfamilienhäuser aufkaufen möchten und in den nächsten 10 Jahren letztlich hier einen Großteil des Mietmarkts in den USA für Einfamilienhäuser wohlgemerkt beherrschen wollen. Wir fragen uns, was ist gut daran, was ist schlecht daran und kann sowas auch in Deutschland passieren? Wie gesagt, Robert F. Kennedy. Nun, man kann ihm nicht immer glauben, er ist eben ein Spross aus der berühmten Kennedy-Familie. Er selbst ist ein Neffe des bekannten, legendären Präsidenten John F. Kennedy, der ja auf tragische Weise und unter zum Teil mysteriösen Umständen in den 60er Jahren in Dallas erschossen wurde. Seitdem sagen viele, es lastet ein Fluch auf der Kennedy-Familie, denn es gibt viele tragische Unglücksfälle, ungeklärte Todesfälle, Flugzeugabstürze und ähnliche tragische Vorfälle, bei denen Mitglieder der Familie oder ihre Angehörigen zu Tode kommen oder wenigstens zu Schade kommen. Auch Robert F. Kennedy selbst war hier natürlich nicht verschont von diesem Leid. So hat zum Beispiel seine Ex-Frau sich das Leben genommen vor einigen Jahren. Nun, Robert F. Kennedy ist eigentlich ein Demokrat und er wollte ja eigentlich als demokratischer Kandidat auftreten. Er ist natürlich mit seinen Positionen und da gehören ziemlich abartige Dinge dazu, wie zum Beispiel zu behaupten, dass Autismus hier durch Impfungen ausgelöst wird und so ein Quatsch. Also 5G, Verschwörungstheorie und so weiter und so fort, da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Also er ist natürlich in seiner eigenen Partei auch nicht gerade hier beliebt. Robert F. Kennedy hat sich jedenfalls dann entschieden, als unabhängiger Kandidat hier für die Präsidentschaftswahlen 2024 in den USA ins Rennen zu gehen. Aber ist eben bekannt genug und hat natürlich auch diesen sehr berühmten Namen, sodass man also befürchtet, er könnte hier irgendwie die Wählerschaft spalten. Er könnte eben doch einige Kandidaten anziehen, die dann wiederum den Präsidentschaftskandidaten der demokratischen Partei, in diesem Fall Joe Biden, nicht wählen würden. Deshalb hat man so ein bisschen Angst vor ihm. Die Positionen, die er vertritt, sind sowohl bei eher rechten als auch bei linken Wählern eigentlich recht beliebt, muss man sagen. Er ist hier parteibegreifend durchaus populär. Und eine Sache, die er eben doch immer sehr heftig hier kolportiert, ist so dieses ganze Thema. Die großen Konzerne schaden uns. Die großen Konzerne machen das Leben des einfachen Mannes hier zur Hölle. Die wollen die Welt beherrschen. New World Order, WEF, Davos und so weiter und so fort. Darum geht es. Er sagte eben hier vor kurzem bei einer Wahlveranstaltung, dass BlackRock und Vanguard und ähnliche Unternehmen, die dann in der Private Equity und Hedge Fund Szene tätig sind, dabei sind über 60 Prozent der Einfamilienhäuser in den USA aufzukaufen, um hier dann ganz groß ins Mietgeschäft einzusteigen. So, wenn man das jetzt mal hier versucht, im Internet zu recherchieren, dann wird man relativ schnell eigentlich darauf kommen, dass da tatsächlich was dran ist. Tatsächlich haben die großen Finanzdienstleistungskonzerne in den USA, dazu zählt BlackRock, aber eben vor allen Dingen auch der Konkurrent Blackstone. Die haben ja sehr ähnliche Namen. Jeder weiß natürlich warum. Blackstone stark hier im Immobiliengeschäft investieren. Und natürlich, das machen viele Banken und Investment Funds, aber hier geht es eben spezifisch um Einfamilienhäuser. Das heißt also, hier geht es nicht um große Apartmentgebäude oder um große Bürogebäude, was ja typischerweise solche Investmentobjekte sind, sondern tatsächlich um Einfamilienhäuser. Das ist nun eine relativ neue Entwicklung seit der letzten Finanzkrise und es war nämlich davor relativ unattraktiv, hier ein großes Portfolio an Einfamilienhäusern zu managen als Vermieter. Denn du kannst dir vorstellen, dass es da ganz viele Parameter gibt. Da habe ich also nicht ein Gebäude mit 2000 Wohnungen, wo ich also die gesamte Verwaltung hier letztlich nach Schema F durchführen kann. Nein, bei Einfamilienhäusern ist jedes Haus individuell. Die Besitzer sind individuell. Alle Häuser sind komplett unterschiedlich aus verschiedenen Baujahren mit verschiedener Technologie ausgestattet. All das war in der Vergangenheit schwierig, aber durch eben relativ neue Möglichkeiten im IT-Bereich ist das Verwalten solcher Portfolios von Einfamilienhäusern in den letzten Jahren stark vereinfacht worden. Gut, nun kann man sagen, ist das gut oder ist das schlecht? Ich meine, am Ende ist es ja egal, ob ich jetzt mein Einfamilienhaus hier miete von Blackstone oder vom Herr Müller. Welchen Unterschied soll das schon machen? Nun, hier sind natürlich verschiedene Dinge zu beachten. Zunächst mal ist zu beachten, dass diese großen Finanzdienstleistungskonzernen natürlich stark für eine Überhitzung am Immobilienmarkt hier gesorgt haben. Denn die zahlen einfach jeden Preis. Das heißt also, wenn jemand für ein Einfamilienhaus 500.000 will und dann gibt es vielleicht hier eine Familie, die bietet dafür 550.000, dann sagt einfach Blackstone, okay, ich gebe dir 650.000. Und damit sind letztlich die Familien hier nicht mehr in der Lage, Einfamilienhäuser zu kaufen, wenigstens viele Familien nicht. Und Blackstone und solche Anbieter haben damit einen unfairen Marktvorteil. Das ist natürlich besonders besorgniserregend, wenn man bedenkt, dass gerade das Einfamilienhaus, spezifisch das Einfamilienhaus, ich rede jetzt nicht von einer Einzimmerwohnung, die man vielleicht als junger Erwachsener hat, sondern spezifisch das Einfamilienhaus, für viele, die nicht zur Oberklasse gehören, also die vielleicht Mittelklasse sind, doch sozusagen eine Möglichkeit war, eine ganz konkrete Möglichkeit war, bisher Vermögen aufzubauen. Das heißt, ich habe mir ein solches Haus gekauft, dann habe ich vielleicht 20 Jahre darin gelebt, habe dort meine Familie großgezogen und irgendwann habe ich es dann verkauft oder irgendwann vererbt. Und dann ist es ganz natürlich, weil Immobilien eben im Wert steigen, so stark an Wert gestiegen, dass dadurch dann auch mein Vermögen gewachsen ist. Also hier gab es eine Möglichkeit, auch für den Normalverdiener letztlich Vermögen zu schaffen, der jetzt nicht groß am Aktienmarkt oder in andere Investments involviert war. Und auf einmal wird mir dann diese Möglichkeit genommen. Jetzt kann ich keine Einfamilienhäuser mehr kaufen, denn es gibt schlicht und ergreifend keine mehr am Markt. Denn Blackstone und solche Anbieter, zum Teil auch BlackRock, kaufen einfach hier den ganzen Bestand auf und zahlen dafür horrende Preise. Das Ganze erinnert einen dann schon so ein bisschen an die Botschaft des Weltwirtschaftsforums in Davos. You will own nothing, but you will be happy. Also ich kann zwar keine Immobilie mehr kaufen, weil ich schlicht und ergreifend aus dem Markt verdrängt werde von Anbietern, die hier viel mehr Kapital haben als ich. Aber ich kann es ja mieten. Ich muss es ja nicht besitzen. Ich kann ja trotzdem glücklich sein. Hier ist eins der Probleme, die ich mit dem WEF in Davos habe. Und ich glaube nicht an die ganzen Verschwörungstheorien, ehrlich gesagt. Aber dieser Corporatism, dieser Corporatismus, den wir hier sehen und für den dieses Vorgehen auch typisch ist, nämlich dass die Macht bei den Konzernen liegt, das wird ja ganz klar hier vom WEF vertreten. Und das finde ich persönlich sehr problematisch, denn wir müssen uns ja eigentlich für die Freiheit des Einzelnen einsetzen. Das ist das, was in einer Demokratie das Entscheidende ist. Nicht die Konzerne. Die Konzerne müssen den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Ein anderes großes Problem, das Robert F. Kennedy hier beleuchtet, ist die Tatsache, dass diese großen Finanzdienstleistungskonzern natürlich dann an der Mietschraube drehen können, nach Belieben. Das heißt also, sie können die Mieten erhöhen, wie sie wollen. Es gibt ja in den USA keinen Mieterschutz, so jetzt wie in Deutschland oder in Europa, sage ich mal, sondern hier kann dann an der Miete gedreht werden und diese regelmäßig erhöht werden oder durch irgendwelche Zusatzleistungen, weiß ich, Waschmaschine reparieren, kostet 500 Euro oder so, aufgebessert werden. Da natürlich jeder ein Dach über dem Kopf braucht und natürlich das auch ganz stark mit dem persönlichen Sicherheitsbedürfnis irgendwo zusammenhängt, wird jeder darauf achten, dass er auf jeden Fall die Miete bezahlt, auch wenn er manche andere Dinge vielleicht nicht finanzieren kann. Und das ist so ein bisschen natürlich das fiese, was sich diese Großkonzerne denken, denn die wissen ganz genau, diese Miete aus den Einfamilienhäusern, das ist ja die sicherste Rendite, die es gibt. Jeder Gläubiger wird ja möglicherweise eine Rate für irgendeinen Unternehmenskredit oder so nicht unbedingt bezahlen müssen, wenn ihm das Wasser bis zum Hals steht. Aber die Miete, dafür wird er sich auch Geld leihen, um die Miete zu bezahlen, denn ansonsten sitzt er ja auf der Straße. Das ist letztlich auch, was natürlich diese Mietobjekte und ich rede spezifisch von Einfamilienhäusern, für die Finanzinvestoren, für die Spekulanten so interessant macht. Also wir sehen, Robert F. Kennedy hat mit dieser Behauptung tatsächlich recht. Er verspricht also, dass wenn er Präsident wird, was meiner Meinung nach höchst unwahrscheinlich ist, ist, dass er diesem Verhalten einen Riegel vorschiebt. Er sagt, dass er letztlich staatlich besicherte Mortgages hier rausgibt, also Hypothekenprogramme, wo er nicht mehr als 3% Zinsen bezahlen muss, dass sich wieder jeder ein Eigenheim leisten kann. In den USA ist ja letztlich der American Dream für jeden hier doch ganz stark auch mit dem Eigenheim verknüpft. Der Anteil an Hausbesitzern ist viel größer natürlich dort als zum Beispiel jetzt in Deutschland. My home is my castle, wie man da so schön sagt. Und letztlich sieht Robert F. Kennedy hier diesen Traum in Gefahr durch die Finanzspekulanten, die hier ganz rasant Immobilien, unspezifisch Einfamilienhäuser in den USA aufkaufen. Nun fragen wir uns, könnte sowas auch in Europa passieren? Natürlich wissen wir, dass ja gerade Blackstone auch in Deutschland, in Berlin zum Beispiel, hier vielfach investiert hat, aber eher so in die klassischen Bereiche, in die klassischen Immobilienprojekte, die wir so kennen. Also große Objektentwicklungen, hier massenhafte Eigentumswohnungen und so weiter und so fort. Das kennen wir und das haben sie auch in anderen Staaten gemacht. Das machen sie auch heute noch in UK, in Schweden, in Deutschland und so weiter und so fort. Mir persönlich ist nicht bekannt, dass sie hier schon in den Bereich der Eigenheime eingestiegen sind. Also in den Bereich der Einfamilienhäuser. Ich halte es möglicherweise aufgrund der Regularien in Deutschland auch für ziemlich schwierig, dass hier die Hedgefunds plötzlich anfangen, die Einfamilienhäuser aufzukaufen. Was ich interessanterweise gelesen habe vor kurzem im Handelsblatt, ist ein Artikel über sogenannte Reverse Mortgages. Das wirst du vielleicht schon mal gehört haben. Hier kann also, und das zielt vor allem natürlich auf ältere Menschen ab, man sein Haus letztlich verkaufen, wenn man alt ist und das abbezahlt hat und bekommt dann einen großen Darlehensbetrag, den man dann zum Leben verwenden kann. Man erhält ein Bleiberecht in seinem Haus, man kann dort also drinbleiben bis zum Tod, muss aber natürlich Miete bezahlen. Eine sogenannte Reverse Mortgage heißt es auf Englisch. Der deutsche Begriff ist mir ehrlich gesagt gar nicht bekannt. Bisher gibt es das in Deutschland nicht, man rechnet aber damit, dass es hier mehr Anbieter geben wird, die in diesem Markt vordringen in Deutschland und dann haben wir ja letztlich hier etwas Ähnliches wie auch in den USA, aber vielleicht natürlich in viel kleinerem Ausmaß. Dass es tatsächlich so weit kommt wie in den USA, wo eben manche davon ausgehen, dass hier 60% der Einfamilienhäuser durch Hedgefunds letztlich vermietet werden oder große Finanzdienstleistungsunternehmen, die Hedgefunds betreiben und sich dadurch finanzieren, das ist natürlich eine ganz andere Sache, sowas wird es in Deutschland meiner Meinung nach so schnell nicht geben. Was ist deine Meinung? Ist es gut? Ist es schlecht? Wie ist es zu beurteilen, wenn hier große Unternehmen, Banken, Hedgefunds, Private Equity Firmen hier Einfamilienhäuser aufkaufen, ganz spezifisch Einfamilienhäuser, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Kondos in Miami oder irgendwelchen gigantischen Hochhäusern in Berlin, wo es 2000 Wohnungen gibt, wie gesagt, da kennen wir ja bereits, dass dort institutionelle Investoren aus allen möglichen Ländern aktiv sind. Ich rede spezifisch von Einfamilienhäusern. Was ist deine Meinung dazu? Ist das bedrohlich? Ist das eine Entwicklung hier, vor der wir uns Sorgen machen müssen? Ist das das WEF und seine Untertanen, die hier tatsächlich die Fäden ziehen, die Strippen ziehen? Geht es hier um das Motto You will own nothing and you will be happy? Oder ist das in Ordnung? Ist das ein gutes Geschäftsmodell und das muss man unterstützen? Deine Meinung würde mich interessieren. Ich freue mich auf deine Kommentare. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.